Das sind die Mediziner, Zornfahrt-Buswagen, Teammanager, euch allen und vielen, vielen Dank für all das, was ihr letztes Jahr für uns im Fall geleistet habt und das in Zukunft leisten. Also, kommen wir jetzt zu unseren Trainern. Ja, er ist 30 Jahre hier, genauso waren wie ich. Er ist auch dafür, dass die Zornhüller keinen Ball auf uns vorlassen. Ganz herzlich willkommen zu deinem Jubiläum. Herzlich willkommen, TGN! Und unsere Fugträner, die ganz gut mit unserem Cheftrainer, wir konnten was tolle zusammenarbeiten und die Mannschaft dann geführt haben, wo sie letztes Jahr gestanden haben. Da konnte keiner recht, jetzt war einfach einer ausgeschlossen.